hallo und herzlich willkommen zu einem video ja und wie ihr seht tut sich hier was bei den faydole und zwar ziehen die nämlich um ja ich habe dann jetzt hier so ein nest angeschlossen werde heute jetzt nicht zeigen damit die in ruhe umziehen kann und den dann nicht also den umzug nicht abbrechen und ja hier sieht man noch schon hier wird glaube ich gerade eine lave transportiert ja und das wird auf jeden fall auch noch richtig lustig werden weil halt noch sehr sehr viel im nest ist obwohl die jetzt schon seit 20 minuten umziehen und auch wirklich was tun also es ist nicht so dass hier noch mehr drin aber es ist halt einfach noch so viel brut übrig wenn man hier sieht auch sehr sehr große darf im bauhaus sicherlich königin schlüpfen und das kann sich auf jeden fall kann bald ziemlich schlüssig aussehen hier sieht man auch eine zum beispiel jetzt das ist auch ganz lustig zu sehen wie die dann hier hoch gehen ja ist auf jeden fall schon sehr viel ich dachte die kolonie war kleiner weil so viel wie hier los ist und viele arbeiterinnen sind auch drin aber die kolonie ist anscheinend riesig hier hatte ich ein problem und zwar war dieser stopfen hier lose beziehungsweise er war nicht lose aber es war halt eine lücke und ja da sind wir schön viele arbeiter hier raus gerannt die mussten wir dann leider beim staubsauger schnell weg machen weil meine motorraste sind sie aus logischerweise weil wir schon so viele ameisen im zimmer haben aber es war jetzt keine königin oder so dabei jetzt haben wir das hier halt mit so einer knetmasse versiegelt das wird jetzt auch also das trocknet auch sind zwar leider ein paar arbeiter durchgestorben weil das halt giftig war also logisch das ist schon ungiftig und kleber aber wir mussten halt schnell handeln und da war uns lieber ein paar ameisen tot als die ganze kolonie draußen aber da auch ein bisschen jetzt also da ist jetzt die giftige luft raus das riecht jetzt auch nicht mehr scheint wieder gut zu sein alles ja und jetzt ziehen die halt hier um ist halt mega cool zu sehen das und ja auch dieses nest ist mega cool ich verlinke euch das auch mal unten damit ihr dann gucken könnt ja dann seht ihr das mal auch also ist von armstore falls jemand das schon erkennt also auf jeden fall verlinke ich das unten euch dann könnt ihr ja gucken dann wisst ihr um welches nest es sich handelt weil ich werde das jetzt halt nicht zeigen deswegen hier tragen sie wieder was so hier sieht man es jetzt ja ist auf jeden fall halt wie gesagt cool interessant und dann wird ja auch irgendwann wieder ein video kommen wenn die dann halt umgezogen sind und da könnt ihr auch mal reingucken das ist auf jeden fall halt mega cool dann würde ich sagen danke fürs zuschauen schönen tag euch noch das war's